Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, wir spielen heute Smash auf dem Shortbow Server ihr Kartoffeln und natürlich sind heute alle vier dabei, Dabrush, Superlink und Pasilikum, wir nehmen die Shiftmap, hallo, hallo, Shiftmap, hallo, ihr habt alle keinen Skin, das ist voll behindert, ja, kann die Map nicht, ich bin da voll schlecht, ich mach mal meinen Minecraft Ton aus, weil ich nicht sicher bin, wie laut ihr seid, wisst ihr was Leute, ich mach euch heute fertig, das glaube ich nicht, dass du uns fertig machen wirst, weil ich dich fertig mache, Ich bin der beste, ich bin der beste bei mir in Smash, ich bin der beste, oh ich hab schon der Aus am Suot, ich bin der Beste, ich bin der Enderkennung, ich ging taugend, ich bin der beste, ich wette dich... STRZ Medicine, NOI! JA, JA, JA Jörgliroda Und ich C beaucoup, und ich sags noch ich bin der beste, Leute, ist irgendetwas? Ach ne, das ist ein Item Und ich sag noch ich bin der beste Ich bin unparteiisch. Ich hab grad Speed genommen. Reit alle auf Speed. Gibt es nur das Schiff hier? Ich dachte, da gibt es noch mehr Schiffe hier. Oder ist das eine andere Map? Wenn er sich hochflied mit seinem Hack. Wo sind denn die Items? Ich finde überhaupt keine. Ah, da, da ist ein Items. Ah, das ist ein Hähnchen. Das hast du genommen. Nein. Oh, nicht schon wieder, bitte. Nein. Ich bin runtergeflogen. Der ist mich schon fast runtergeschossen. Ja, Dabrasch jetzt will. Ja, ne Luhe. Ja, ich werde eh noch gewinnen. Greif an, meine Luhe. Ich werde gewinnen. Ich habe es euch versprochen, ich werde gewinnen. Oh, oh, oh. Wieso? Weil du, weil du der Beste bist. Du hast drei Leben. Ja, und? Ja, weil er sich immer aus den Kämpfen hier raus hält. Wer ich doch nicht dafür. Der hält sich nur hier aus den Kämpfen raus. Alter, ich werde hier grad voll rumtippet. Stopp doch mal auf den. Nein. Ja. Oh Mann. Ich kämpfe doch mit, ich suche ihn nur Items. Aber ich finde irgendwie keiner. Du bist bei viel Spiele. Komm her. Gib dir einen Arschtritt. Danke. Ja, ich, ich kack gerade nicht. Ich bin, ich hab grad... Oh, lag dir, lag dir auch so ein bisschen hier. Yes. Hab ich dich durchspielen? Ja, ab und zu so ein bisschen so, so mini lag. Es ist halt Smash, das ist, das gehört dazu leider. Ja, weil etwas abgebaut ist. Uh. Wer von euch nimmt nochmal gerade auf? Ich. Okay. Der ich Mensch. 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 What the fuck. Alter, was... Alter, ja genau. Gefährliche Frachten fördert dieses Schiff. Aber richtig. Hier ist ein ungebetener Gast. Ja, nämlich Duck Rush Let's Play hier. Der ist ziemlich ungebeten. Lass mich doch in Ruhe, ich bin ein Mädchen. Ja klar, das kauft dir keiner mehr ab. Scheiße. Komm her, Mann. Vor allem, weil du einen männlichen Skin jetzt hast. Ja, ja. Jetzt kannst du nicht mehr wie ein Mädel reden. Jetzt kriegst du keine Getränke mehr gratis. Oh, lass mich zu dem Dorfbewohner. Lass mich zu dem Dorfbewohner. Hab ich mich mal mit dem Eis getroffen? Alter, wo seid ihr denn, Alter? Ihr seid da unten. Wow, wie ist Bennet hier? Oh, Mann, Mann. Hey, what the fuck? Ey, hier ist ein Loch. Jawoll. Ey, Leute, das Schiff brennt. Wir werden alle drauf gehen. Der Brush ist tot. Ich hab mich gerecht. Oh, Bennet hat immer noch drei Leben, Alter. Nein, der Enderman geht auf mich. Ja, wir gehen auf Bennet. Komm, wir gehen auf Bennet. Ja, wir beide jetzt gegen Bennet. Wir haben nämlich nur zwei Leben. Wir werden noch... Fuck. Wir beide gegen Bennet. Wir müssen ihn jetzt zusammen down machen. Ja, genau. Er hat der Eisenschwert. Mach ihn down. Mach ihn down. Mach ihn down. Oh, ich spüke jetzt das mal ein bisschen. Spüke jetzt mal ihn. Niemals. Ich suche jetzt gute Items. Außer sehen den falschen gehauen. Kann doch mal passieren. Feuerblume, 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 Feuerblume. Leuch! Leuch! Ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine! Also, du Schweine, Mike! Er schreibt eine, ihr Kack-Nubs. Ich bin gar nicht da. Ich bin eigentlich... Nein, nein. Das ist ja überhaupt in der ganzen Lobby. Oh! Zwei Awesome-Soups! Uhuh! Nebeneinander. Fick dich. Das finde ich irgendwie unfair. Nein, nein. Das ist in der Hauptlobby gewesen. Die schreiben das immer in der Hauptlobby. Leute, töten euch doch mal! Ja, genau. Was macht ihr das? Ja, wir töten dich, Bennet. Tschüss. Nein. Ach, jetzt hat der nicht... Der hat noch drei Leben, Alter. Ja. Der hält noch durch. Nein! Manu! Ich bin getroffen mit keinem einzigen Feuerball. So ärgerlich. Weil du schlecht bist. Eben hab ich ganz oft Pasilikum getroffen, ja? Nein, du bist trotzdem schlecht. Nein! Das ist hier kein Item! Du bist trotzdem Noob, die da immer wegrennt. Du hast Pätsch. Ja, das ist aber echt so. So ein richtiger... Lass mich doch! So ein richtiger wegrennder Noob! Ich suche Items! Hey! Ich suche Items! Ja! Was ist das denn für eine Ausrede? Das ist voll die Ausrede, ja? Wow! Wow! Ja! Ha! Ha! Ich hab dich verlangsamt! Ich auch! Ich hab dich verlangsamt! Ich hab dich auch! Wow! Hahaha! Noll! Ich find hier einfach keine Items! Das ist echt zum Kotzen! Ha! Getroffen! Wie soll ich euch die nur mit der Faust besiegen, wenn du ein Eisenschwickwert hast? Und du auch geht mich fest! Loll! Gerade hat's gelegt! Ausrede! Alles nach... Wow! Alter! Ja! Oh! In der Auge! Plup! Alter! Wie der einfach da unterbaut! Ah! Der ist ein Zweiergerand zu einem Noob! Ich brenne! Ich hab 308%! 326%! Ja! Irgendwann verreckt der eh, weil der vernichtet wird! Wir gehen... Wir gehen... Wir gehen... Wir werden ihn total vernichten! Okay? Wir werden die totale Vernichtung von Superlink-LP... ...heraufbeschwören! Genau! Wollt ihr den totalen Krieg?! Wie lange der aushält! Komm! 500 schaffst du nicht mehr! Was? Alter! Der hackt doch! Apfel! Werde ich jetzt nur aus dem Zupfer, ne? Der Junge hackt! Vor allem er verpisst sich und sammelt noch Items ein! Hahaha! Ich suche halt Items! Aber ich find irgendwie keine! Spectator... Nein! Oh nein! Geh weg! Er hat den Shortbow! Wuuuuh! Ich hab ein Diamantschwert! Ah ne! Ich nehm lieber die Feuerblume! Wieso krieg ich hier die ganze Zeit die guten Items und ich muss mich hier mit Äpfeln und zum Ende Augen zufrieden kicken! Ja! Ich bin ein bisschen gay! Oh! Jetzt hab ich's! Also einen von euch werde ich jetzt auf jeden Fall killen! Wow! Komm bis! Komm bis! Wuuuuh! 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 Ja jetzt rennt du weg! Nö überhaupt nicht! Ich such nur Items! Hahaha! Oh! Ja guck! 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 Wenn der... Alter jetzt hab ich auch so... Oh! Oh! Nein! Ja! Ich bin so gut! Was? Nein! Ja! Ja! Ich komm mit 460% war das ja auch irgendwann zu erwarten! Mach mal spektaten! Spektaten! Ja wie tut man das? Spektaten! Nein! Ich da schön! Alter wie die aber mit der Angel wegficke! Okay Passi, komm jetzt bist du dran! Wo bist du? So mit dir! Ciao! Passi? Passi? Ja da bin ich! Hallo! Ach da halt! Ist das bin ich? Hast du ein Rocket Launcher? Ich hoffe es nicht! Vielleicht? Okay! Langsam wird es dann! Er hat eine Feuerblume! Aber sie ist alle! Ich glaube Super Lenk gewinnt! Nice! What the fuck? Boah alter! What was that? War das? War eine Feuerblume! 2 Minuten noch! Nein! Ich will das noch gewinnen! Wo ist er hin? Weißer! Alter! Lass dich noch mal treffen! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mich oder Basilikum? Nein! Dich natürlich! Die meisten leben hier! Ach ich doch nicht! Es sieht nur so aus! Ja Basilikum wird nicht sterben! Was? 376 fucking Prozente! Ich suche ein Item! Ciao! So einer! Noch eine Minute! Oh nein! Wir müssen noch eine Runde machen! Ja ja! Aber das kommt dann in der nächsten Aufnahme! Oh ja! Komm her! Weil ich lasse mich hier nicht unterkriegen! Ja komm da runter! Ich geh auf ihn drauf Junge! Ich geh auf ihn drauf! Ja mega peinlich sowas! Alter! Alter! Du! Du! Basilikum! Ja Basilikum! Go! Nein! 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 Schreibt in den Kommentaren Basilikum! 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 Das ist doch egal! Für wen seid ihr? Super Link LP oder Basilikum? Wer ist eigentlich besser zu euch? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge! Okay! Stirb doch endlich! Du verdammt das Ding! Ja aber Basilikum hat es auch drauf! Guckt euch den Spack mal an! Der hat 458%! Und der stirbt einfach nicht! Ich suche Item! Genau so wie du! Ich suche Items! Der hat 106%! Alter! Basilikum sucht jetzt auch Items! Noch 25 Sekunden! Bis Silvester! Alter! Das gibt es doch! What? Nein! Ich bin selber da drin! Ich bin als Spectator da drin! Geil! Wo bist du? Nein! 12 Sekunden ist vorbei! 12! 10! 9! 8! 7! 5! 4! 3! 2! 1! Nooo! Gewonnen! Ja! Was? Rocket Launcher! Boom! Und ich fahr runter! Basilikum hat hier das Spiel entschieden! Super Link hat den zweiten Platz gelacht! Ich hab den dritten Platz gehabt! Bin einigermaßen zufrieden damit! Und natürlich der Loser! Der Loser! Ganz weit unten im Upside! StubRushLP! Über den müssen wir gar nicht mehr reden! Dann würde ich sagen... Dann war's das! Ja, ja! Wenn wir sehen! Dann war's das! Bis zum nächsten Mal! Ich hoffe es hat euch natürlich gefallen! Lasst eine Bewertung da! Tschüss! Tschüss! Abonniert! Tschüss! Alle guckt euch das Schiff an! Wie kaputt das ist!